Ja, hallo Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Outlaw und da will ich sagen, connect mich gleich mal auf den Server. Warte, 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 warte. Äh, ja, okay. Ja, genau, dritte Folge ist das jetzt. Wir sind relativ gut ausgerüstet, wir sind zu dritten auf dem Server. So sieht man das. Oh, schlashlock, irgendwas an Passwortnummer. Random hab ich da gewählt. Äh, 3626. Ja, okay. Ich find das richtig cool, dass die das so gemacht haben eigentlich. Ja. Ähm, und ich find's komisch, jetzt sind, einmal, weil alle Korbets sind alle weg. Ja. Okay, lass, lass mal hier, ähm, äh, noch Eisen Sachen machen, dass wir eine volle Eisrüstung haben. Okay. Hast du noch Ofen? Ja, ich hab hier noch. Äh, hier, ich hab noch 43 Eisen, das heißt, wir bleiben jetzt erst, wir bleiben jetzt erstmal hier in der Höhle, würde ich sagen. Hier ist noch ganz viel cooler. Weil, ich will eigentlich auch Diamanten finden, also, da oben ist Licht, ne, also, da oben geht's raus. Oh, ja. Also, das heißt, wir sind gar nicht wirklich tief. Ja, das heißt, wir müssen weiter runter. Das heißt, hier ist noch Eisen, und Eis. Langsam können wir uns wirklich schon so sagen, dass wir irgendwann, also, genau, schon noch Eisen, aber irgendwann brauchen wir schon gar kein Eisen mehr. Nehmen wir auf jeden Fall noch die Fäden mit, oder? Ja, können wir machen. Ich guck jetzt einfach mal, ich mach jetzt hier mal so ein Loch. Ich mach jetzt auch mal das Zeug reinmach, was ich brauch. Das wär das hier. Äh, Wolle kannst du behalten, weil wir können uns mal, irgendwann brauchen wir wahrscheinlich ein Bett. Warte, ich mach auch mit meinem Zeug rein. Äh, Spinnenauge. Ähm. Kies. Ich hab noch das ganze Gold. Okay. Äh, einer muss eigentlich immer hierbleiben. Ich glaub, Kohle ist reingefallen. Weiß jetzt gar nicht. Okay, ich mach uns an. Bauer du einfach mal hier noch ein bisschen die Kohle hab. Ich erkund jetzt mal ganz kurz noch ein bisschen hier. Weil einer muss da ableiben, damit wir wissen, wo... Oh, das ist ein Zombie ins Spielnetz reingefallen. Wie dumm. Okay, ja, aber nett verlaufen, okay? Ja. Ich weiß noch den Weg jetzt. Muss ich Eis noch mitnehmen? Ja, klar. Noch brauchen wir. Ich hab 46 in der... Ja, okay, das reicht. Du brauchst nix mehr. Ne, du brauchst noch nix mehr. Okay, da ist der Spinnenspawner. Okay, aufpassen. Ich baue hier zu. Ja, das hat sie jetzt gedacht. Okay, ich mach uns Rüstungsteile. Und gleich mal jedem Stiefel. Dann... Ähm... Zwei... Ah, shit. Zack, zack. So, mach ich grad mal das mir. Zack. Und zack. Du kannst es mal Bögen machen. Warte, ich mal, jetzt kann man noch die Rüsi. Warte, kann ich noch was? Ne, ich kann mir nix anfangen mit 5. 7. Reicht das schon für... Doch, eine Hose. So, wenn ich die Crafting Rezepte nicht zu ganz auswendig kann, weil ich hab da irgendwie immer große Probleme mit. Okay, nur ordentlich aß an Fleisch. Ja, hab ich reingepackt, alles. Okay, hab full, hab full, äh, full Eisenrüstung. Hier, deinen Teil, Achtung. Das mach ich dir noch, ne Hose, ne Haste auch voll. Alter, Alter. Alter, Alter. Machen wir dir grad selbst, oder? Hose kann ich mir machen, ja. Okay. Alter, jetzt haben wir full Eisen, ist eigentlich okay, oder? Sollen wir zum Spawner gehen? Äh, kann man machen. Äh, aber lass erstmal warten, bis das ganze Zeug hier vielleicht fertig ist, oder? Ja, okay. Obwohl, äh... Wir sind jetzt full Eisen, also wir können uns was brauchen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal nochmal weiter. Den Rest können wir irgendwann anders brennen. Aber nimm das mit, das Zeug. Warte, ich mach, ich will grad noch was machen. Der wirkt nicht. Ohles, ohles, klar. Irgendwie ist jetzt die Aufregung komplett weg. Ja, jetzt schon. Weil, es sind, jetzt ist auch nur einer außer uns auf dem Server. Ja. Das, äh, verringert die Aufregung doch sehr. Aber wirklich, oh Creeper, hier geht's weiter. Wo ist der Creeper? Da. Hauen wir mal hier. Wow, oh, wow. Er macht, er macht uns nichts mehr hier. Ja, stimmt. Eisen braucht, Eisen müssen wir eigentlich nicht mehr mitnehmen. Ne, haben wir genug. Wir sind schon in dem Zeit, Alter, meine Freunde. Hab grad schon das erste Video geschnitten, ist leider ein bisschen schlechter Auflösung. Mal gucken, wie ich das hinbekomme, weil wir nicht auflösen, sondern es ist nicht so ganz, es fühlt nicht die ganze Zeit mehr auf. Ja, komm, wir müssen runter. Hinter dir! Alter, was geht mit den Creepern? Dann sag ich schon mal, sorry dafür für die erste Folge, aber hab's grad schon geschnitten und gerendert, also ist schon, aber schon geil. Ähm, komm, wir müssen weiter runter. Weil ich will jetzt unbedingt Diamanten finden, weil der Coop... Ich will auch Diamanten im Chat haben schon welche geschrieben. Oh, zwei, zwei Creeper! Ja, hier ist ein Skelett. Ja, geil, der Skelett hat einen Bogen gedroppt. Nice, richtig geil. Achtung, Achtung! Die Creeper machen das nichts mehr. Äh, ne, nicht da runter, da war ich schon. Das ist der Spinspawner, oder? Äh, noch ein Creeper, alter. Komm, lass da hochgehen. Brauchst du Hilfe, oder? Warte. Hab ihn, okay, Schwarzpulver mitgegeben, ne? Ja, über dir. Wo bist du? Ja. Wir können auch mal gucken, ob hier noch Lohren sind. Okay, da ist der Spinspawner. Ja, sollen wir hingehen? Äh, ne, lass mal. Okay. Fünf Minuten haben wir schon aufgenommen, ey. Erst. Okay, nochmal, nimm noch einen Farben. Ey, hier ist der Spinspawner. Wo, wo, wo? Einer muss die Fäden abbauen, der andere muss den Spawner abbauen. Okay. Ich bin vergiftet. Echt? Komm, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Mach ich, hab ich. Weil, ich bin vergiftet und ich mach ein übelst Schaden. Alter, fuck. Ich bin fast down. Echt jetzt? Ja. Alter, dann hau ab. Ach, da kommt wieder eine Spinne auf dich runter. Ohne Witz, ne? Ich hab ein halbes Leben und beim Gift... Scheiße, Vergiftung. Ja. Weg, mach zu. Alter, ich muss hier jetzt erstmal recken, weil ich hab ein halbes Leben, ne? Halbes Leben! Wenn du mich schlägst, bin ich tot. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Scheiße, die Scheiße, die Scheiße bin. Wer ist die Spinne? Ich hab... Nein, also... Wow. Alter, ich hab grad so Herzklopfen gehabt, da leid. Werde, ich spinne da noch hinter... Leute, mach... Nein, die sind nur ein Block groß. Mach zu. Wow. Siehst du? Alter, hätte ich mich getroffen. Oh, du willst, lass uns die Scheiße. Ich hab's nicht gewusst, sorry, okay. Ich hab wieder was dazugelernt, sorry. Die kleinen Spinne sind nur ein Block groß. Alle sind so hart, die Spinne, das ist doch nimm ich normal. Ja, wenn du mich schlägst, ich schwör dir. Hast du immer noch ein halbes Herz? Nein. Jetzt hab ich, äh, 5. Ja, okay, also kann ich nicht so boxen. Nein. 10, okay, ich hab eine hier. Ja, schlag zu. Ich hab hier echt welche raus, ohne Witz. Wir sind die einzigsten zwei auf dem Server, ne? Ich weiß. Ob da was getropped. Okay, sollen wir raus? Halt. Ja, aber lass hier da gehen. Okay. Welches Text-Jap hast du drin? Äh, Paper, Paper Cutout. Ist das das von der Survival Games Runde? Äh, ja. Okay, das fand ich echt. Das benutzt auch Zaddle. Warte, ich, äh, muss mir hier die Fackeln. Hast du eh, äh, okay. Hast du Fackeln? Ja. Dann setzt du die Fackeln, weil dann hab ich wieder einen Platz im Inventar. Okay, komm. Da liegt's. Da liegt's, da liegen die Fackeln. Die Fackeln. Da oben. Warum hab ich ne Schiene mitgenommen? Ist irgendeinem Korn? Die schmeiß ich mal hier weg. Ich hab auch eine. Warte, ich schmeiß die auch mal hier so. Okay, komm. Kommst du? Äh, ich denk, wir gehen hier raus. Wir bleiben doch noch an der Mine, oder? Ja, okay. Auf jeden Fall noch an der Mine bleiben. Wir sind noch Dias und so, ganz sicher. Ich bin aber gerade schon fast gestorben. Ich hab jetzt so wieder voll Leben, aber... Kannst du noch mal, ähm, ne Workbench hinstellen? Moment. Äh, ich hab sie nicht mitgenommen. Warte. Hast du Holz dabei noch? Ja, ich mach. Ja, aber okay, da ist ja... Ich hab schon, da... Das ist ja nicht. Gut, okay. Manchmal hab ich noch unseren Spitzhacker. So, okay. Ohne Witz, ne? Okay, komm. Weiter. Neun Minuten. Hey, ohne Witz, ich hab... Das ist schon übel riskant, ne? Da lang zu gehen. Ich bin schon wieder vergiftet, die? Ich bin so scheiße, ne? Gleich, die jetzt eben nur in Rum, Achtung. Alle schon wieder vergiftet, Alter, die sind doch so abartig. Das Problem ist, das Gift hält einfach so... Ha... Das hält einfach, weißt du? Wir müssen jetzt einfach mal hier weg, ne? Wir gehen jetzt mal... Alter, scheiße, wie ich das Herz nicht hab. Komm mal rein, schnell. Okay, es geht, es geht, es geht. Komm, lass, lass... Ich muss nur kurz raken. So, ich hab' das Cut gehauen. Komm, lass da unten in die Schlucht gehen wieder. Aber, lol, kommt die Spinne einfach von da hinten angesprungen. Ich schwör' dir. Alter, scheiße. Jetzt hab ich noch 10 Sekunden Päusen, also... Das ist übelst riskant, Alter. Wir müssen von der... Von den Spinnen da weg. Warte, komm mal hier, Achtung. Jetzt muss ich wieder recken. Mach mal da zu, mach mal da zu. Mach mal da zu. Ja. Alles. Ja. Komm hoch. Wir müssen... Pass auf, da ist ja auch noch ein Spawner. Okay. Wir müssen hier einfach weg. Soll wir da runter gehen, oder? Ich will da... Ich weiß es nicht. Also, das ist ein Creeper. Ich hab' keinen Pfeil mehr. Da unten ist eine Spinne. Die wartet auf uns. Okay, runter, oder? Äh. Yodo. Ja. Okay. So, komm, komm, komm. Die Schlucht wieder. Da ist ein Verzeih. Ich würde die Mine... Auf jeden Fall in der Mine bleiben. Ne. Ne, weil... Doch, das sind aber gute Sachen. Wenn wir sterben, ja. Ja, aber hier können wir genauso. Aber hier ist ja nichts. Wir müssen... Wir wollen ja Dias. Ja, wir müssen Stripmine. Stripmine, okay. Also, ich würde da drin bleiben noch ein bisschen. Hm. Eigentlich würde ich jetzt eher... Würde ich jetzt gerne die Koordinaten in mir angucken. Kannst du ja machen. Ja, okay. Und dann wegmachen. Musst aber wirklich wegmachen. Okay, wir sind schon noch für 13. Machst aber wieder weg. Ja. Okay, äh, lass uns hier. Also, das Prinzip von Stripmine verstehst du. Mach mal hier Fackeln hin. So, wir bauen uns jetzt hier lang, ja. Immer dann so, bis wir nicht mehr graben können. In eine Richtung. Okay, weiß nicht, was soll ich gehen. Also, einfach stehen bleiben. Mach dir jetzt so einen eigenen Gang. Ich kann hier so entfernen bleiben, hier. Zwei entfernen ist immer ganz gut. Dann gehst du... Ja, dann gehst du einfach weiter. Und machst das auf der anderen Seite. Und so gehst du. Ne, ich mach hier, bleib hier. Okay, wir bleiben ja bei der Nähe. Klar kann ich Stripminen. Ist ja ganz easy, mach ich auch oft das. Aber ich bin der Meinung, dass wir eigentlich hätten in der Mine bleiben sollen. Ne, glaub ich nicht. Weil... Ich hab... Ich hab... Und jetzt, ich hab ein halbes Herz, wenn ich spinne, auf mich gekommen. Äh, also, hätte ich nicht schnell den Block hingebaut, ich wär gestorben. Oh, das wär so kack gewesen. Allein aufzunehmen, hätte einfach null Spaß gemacht. Ja. Ach, jetzt ist hier nur Kies, Mann. Wie viel Minuten sind wir? Zwei, 30. Also insgesamt, ähm... Noch mal zwei, 30 jetzt. Naja, genau. Zwei. Naja, genau. Das ist einfach nur Erde und Kies. Dann mach in die andere Richtung. Okay. Ne. Jetzt kommt hier Kies runter, Alter. Würdest du mich eigentlich verarschen? Oh, mein Inventar füllt sich immer mehr. Wenn, ist es schon voll. Wir müssen doch irgendwann mal Diamanten finden, ohne Spaß. Ja, wirklich, wenn wir da sind, ziemlich viel Glück, aber wir haben jetzt hier noch richtig Pech, haben lange. Das wär... Kacke. Ja, wir können hier noch saulangs schrippen, meinst du? Wir haben Essen und wir haben Eisen. Ja. Alter, wo ich bin, ist Kies oder Sand. Für mich ist es einfach cool, halt. Mann. Wie lang? Zwei Minuten oder so lange müssen wir wirklich... Das können wir erst morgen wieder aufnehmen, das finde ich kacke. Redstone gibt... Na, ich hab keine Einsicht, bei Zocke. Gibt nämlich schon ordentlich EP, das muss abhauen, so ein EP bringt es. Ich hab dir jemanden! Ja? Ja! Nice! Nice, nice. Ach, alter, geil. Fünf Stück. Fünf Stück. Alter! Ich muss einfach mal schreiben, zu dir. Alter, nice. Fünf Stück, das heißt, zwei Schwerter, zwei Dierschwerter. Ja, entweder machen wir Schwerter oder wir entscheiden, äh, gut, Eisenschwerter. Also ich wär für Dierschwerter. Ich eigentlich auch. Gut. Dann sind wir uns einig in der Beziehung mit den Schwertern. Alter, nice. Alter, ich feier das, Rad. Das mann, ich will auch mal jemanden finden. Okay, die letzten Sekunden sind angebrochen. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, äh, war's das? Ich hoffe, die Folge... Diamanten, Diamanten! Ja! Kia, komm schnell her, ich hab keine Einsicht. Ja! Komm her! Nice! GG, Alter! Oh Gott! Alter, Leute, wir sind jetzt direkt beenden die Folge. Okay, ich würde mal sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann, äh, schreibt in den Kommentar, liked das Video und ich würde sagen, haut rein und ciao! Ciao, Alter!